Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme von Selbstbild Terraria. Hier wieder mit dem... Ja, together natürlich, weil Jan und Max sind auch dabei. Und wenn ich nicht alleine spiele, ist ein together logischerweise. Und jetzt wartet mal kurz, ich mache euch gerade Rüstung. Wollt ihr auch so ein Schwert haben? Oh nein, geht nicht mehr. Alle Kaktien aufgebraucht. Kommt klar, seid ihr? Bist du oben? Ja. Soll ich sie schon verschmeißen? Nein. Nein, nein, nein. Also, jetzt... Es geht gerade um die Kaktienrüstung. Ja, das ist die Kaktienrüstung. Ähm, ich muss mal ganz kurz nochmal die Aufnahme beenden. So. Steam? Das sind wir wieder. Ich habe nämlich auf F11, ähm, da habe ich die Aufnahme gelegt, aber irgendwie verschwindet dann mein HOD. Ja, und das tut's. Und das will ich nicht. So, habt ihr es? Ja, warte, ich habe noch hier so ein Ding und äh, da so ein Ding. Dann sehen wir alles so geil aus. Mir fehlt noch Schuhe. Die Aufnahme ist eigentlich wieder an, oder? Mir fehlen noch Schuhe. Ja, ich habe alles so. Ah, ich hab sie. Habt entweder einer von euch oder keiner von euch, äh, ja, geht's auch sehr logisch. So. Also, ich bootloaden wieder weiter und suche und gehöre. Und ich wohl noch dieses Kletterteil für Klingi. Du hattest ja noch keinen. Ja. Da war in der Küche noch eins, ich bin aber gestorben, konnte es deshalb nicht mehr holen. Ach, das war's. Was für... Was für ein Kletterteil? Ach so, das da. Ja, diese Kletter... äh, Dinger da unten an der Wand. Wo? Ach so, ich hab ja... Ich hab ja... Dieses Kletterteil, ich depp. Wo? Ja. Ähm, gell, die glühenden Pilze nicht verkaufen, ne? Nicht essen? Auch das nicht. Ist nämlich radiotiv. Ja, das auch, aber vor allem, ähm, kann man damit dann nachher... große Heiltrinke machen. Können wir eigentlich jetzt schon. Das hängt übrigens tatsächlich ein kleines bisschen, aber dafür gar nicht. Wir brauchen jetzt eine Flasche. Jan, kommst du mal kurz her? Flaschen sind irgendwo? Hahaha. Hier geht mein Rot rein. Oh, ja. Ähm, ja, haben wir Flaschen schon? Ja, irgendwo in jeder Kiste sind ein bisschen Flaschen drin, das weiß ich. Was? Hä? Ne, keine Flaschen. Ah doch, warte. Wir sind... Auf jeden Fall. Wir haben irgendeine Flaschen. Irgendeine Flaschen. Irgendeine Küste vielleicht. Genau, ist klar. Meine Güte. Er war dein Kämpfer. Er war dein Kämpfer. Er war dein Kämpfer, ey. So ein Scheiß-Kämpfer. Klar nicht. Das finde ich ja auch immer, die Teile nerven. Genau so wie diese Scheiß-Scheiß-Ascar. Jan, wie viele Pilze? Ich hab keine Trögelpilze. Ich hab da immer nur so wenig Geld bei diesen Ascarn. So ein Scheiß. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt welche gesammelt hab. Und ja, Pilze wachsen nach. Äh, äh, Kaktusse. Kakteen. Kaktusse. Vor mir ist einer aus dem Boden gesprossen. Einfach so. Ich hab mich total erschreckt. Entschrocken. Ich weiß, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte irgendwas machen. Das ist echt. Hey, wer hat die Geldkiste weggewege gemacht? Ah, die ist da. Deutsche Sprache. Schwere Sprache oder so. Genau. Hat mir einen Duden gekauft. Hat mir sehr gehilft. Gehilft. Klar noch. Haben wir eine Erzkiste? Ach! Die hab halt. Scheiß Vogelstieg. Die halt beim Ofen. Ja, der macht voll viel Schaden, der Vogel. Was ist das eigentlich für ein Vogel? Gott. Geier, glaub ich. Nein. Das war ein Vogel. Ganz normaler Vogel. Und der hat 18 Schaden gemacht. Mit einem Schlag. Deshalb war ich dann echt leicht tot. Ne. Das ist kack. Ja, die erste. Im rechten Block. Also rechte Seite. Die erste. Ja, ja. Die erste. So geil, dass man das bis 99 stecken kann. Jetzt haben wir jetzt zwei Türen im Erkiste drin. Das ist nicht logisch. Was kommen wir denn mit den Dingern dann? Oh. Der macht mehr Schaden als ich dem. Ah. Ja. Das ist auch nötig. Ich bin gerade irgendwo hingelaufen. Ich kam da hoch. Ich habe keinen Block hingesetzt und komme nicht mehr weg. Wo gibt es denn eigentlich Mondglanz? Gab es das nicht im Dschungel? Ja, kann sein. Ich bin gerade im Dschungel. Kann ich mitbringen. Och nein! Gib mal bitte Mondglanz mit. Ach Platinum? Ist das Gegenstück zu Gold? Wie das? Ah. Ne. Hä? Doch. Ja doch. Wie? Hä? Wir haben aber in der anderen Welt auch Gold gehabt. Ja, aber kein Platinum. Doch. Ach. Da haben wir Platinum in der anderen Welt. Ja, außerdem Extrator-Dingen. Ach so. Was für ein Extrator-Ding überhaupt? Heißt es, dass wir hier kein ähm... Wir haben doch hier Gold. Ja, dann haben wir kein Platinum. Ach. Schon wieder so ein scheiß Vogel. Was bin denn jetzt? Ist ein Material? Danke. Für was? Ich kann sicherlich irgendwas machen. Für... Necrom... Und... Seide. Oh, scheiß Vogelfee. Ich werde eh gleich wieder sterben. Ja, hab ich recht gehabt. Dann geh doch einfach noch nicht so weit weg. Wir müssen jetzt erstmal fahren. Nein, ich muss jetzt noch kurz dieses Tal holen für dich. Ne musst du nicht. Kannst du auch gleich haben, doch. Das ist mir scheiße. Ach, ich hab's doch schon. Ach, du hast's schon jetzt. Dann ist ja gut. Ja, jetzt musst du auch nehmen. Ne, jetzt will ich's nicht mehr. Hier, Mr. Field. Ah, ne Standschlucke. Die hole ich natürlich noch. So, jetzt. So. Oh, scheiße. Hab ich's denn? Ja, ja. Du hast natürlich das Bessere. Äh, die sind beide gleich gut, aber egal. Ach, das fließt schon ab. Im Pilz-Bio waren wir noch gar nicht so drin, weil die uns gleich gekillt haben, gell? Ja. Ja, müssen wir dazu reinnehmen und ganz viele Glühle zu mitnehmen. Der hat ein Schwert getroppt. Äh. Oh nein, nicht sehr hoch. Dann helfe ich dir mal meinen. Ähm. Da halt, ich leg noch das wenig Geld, was mir noch übrig bleibt, noch zurück. Ähm. 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 Ich leg mal da kurz 100 Kupfer rein, okay? Hat einer von euch Schuhspikes? Nein. Aber ich weiß, es verbessert die Schuhspikes. Jaja. Das ist ja voll geil. Was ist das? Weil wenn du das, diese Climbing, Climbing Claws, und jetzt haben wir den Schuhspikes kombiniert, dann kriegst du so einen Tiger Climbing Gear, dann könntest du dann anwende klettern. Habe ich aber leider nicht. Und das, ich habe auch keine Ahnung, wo er es herkriegt. Ja, finden wahrscheinlich. So, äh, ich komme auch mal nach unten, wenn ich mein Geld abgelegt habe. Tja. Ah, Slime. Komm Slime, stirb Slime. Uh, ich habe Gold gefunden. Ich nicht. Yay. Oh, der macht voll viel Damage. Oh, ich bin echt froh, dass ich gerade dieses Kletterteil habe. Das war leicht knapp. Blub, blub, blub. Das Kletterteil bringt es echt voll, manchmal. Hä? Kommt ihr runter? Ja, ja, ich komme. Ich sollte nur durch die Geschwindigkeitsbegrenzung übersteigen, deshalb. Ach so. Ja dann. Hallo, siehst du mich? Haben wir das PSPium noch gar nicht gegründet? Au, au, au. Ey, du hast jetzt die Wolke in der Flasche und den Enderhaken. Ey, ich gebe dir nie mehr was ab, ganz ehrlich. Nie mehr. Boah, ich bin verstorben. Was, warum bin ich gestorben? Von was bin ich gestorben? Lol. Einen bösen Monster. Ja, wie? Was, warum bin ich gestorben? Ja, komm. Oh, Janne, kommt ein Skelett zu dir runter. Zu mir. Noll. Zu mir kommt kein Skelett runter. Das ist so scheiße. What? Da ist kein Skelett. Ja, manche Monster sind für uns unsichtbar. Bei mir ist kein Skelett. Bei mir ist da grad ein Skelett zu dir reingehüpft. Ja. Auch gestern oder, was ist vorgestern? Gestern so. Ähm. Vorgestern. Egal. Oder? Ne. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, du wirst so getötet und ich sehe keine Monster. Das ist leider noch ein bisschen verbuggt. Leider. Ja. Leider, echt, ja. Oh, so ein Monstervogel, ich hau ab. Ich hab Angst vor dem. Oh, ist das Eis eigentlich bei uns im Haus? Sind wir in der Schneewelt? Oder liegt es an einem Schneeblock? Was? Ja, warum es bei uns am Haus schnallt. Äh. Ich glaub, das liegt an deinem... Dingeln. Das ist gut. Gefällt mir. Au, au. Dieses Loch ist echt noch gefährlich. Was macht der nicht grad? Ja, ich wiederholt. Wie was produktiv ist, nicht so wie ich mein... Äh. Äh, so wie ich mein ich. Äh. Scheiße. Was produktiv ist, ist nicht so wie ich. Ja, ja. Scheiße. Da hab ich mich versprochen. Nein. Fug. Ey, seid solche Noobs, ganz ehrlich. Ja, ja. Oh, da kommt Geld runter. Ah, Wurm. Wurm. Komm, du scheiß Wurmfähig. Da bin ich eigentlich schon auf dem Map mal gucken. Ähm. Die Hälfte haben wir schon. Mehr als die Hälfte sogar, oder? Oh, freudig, ja. Ja. Ich mach jetzt mal was produktives, ja. Baut du, baut du rechts ab. Ja. Bäh. Äh, links ab, mein ich egal. Ich baue einfach. Habt ihr noch kleine Heiltränke? 15. Ja, dann bring die mal hoch. Was für ne Spitzhacke hast du eigentlich grade? Ja, dann bring die mal hoch. Ja, dann bring die mal hoch. Oh. Ich jetzt. Doch, jetzt. Scheiß kackte Spitzhacke. Ich gebe dir nichts mehr. Das soll ich mir auch nichts geben, denn ich will daraus große Heiltränke machen. gleich, wir haben Gold gefunden. Ich seh's. Dann komm ich jetzt runter. WTF, ich seh nichts mehr. WTF, ich bin tot? Ja. Ja. Jan überlebt so mit so einem halben Herz oder was auch immer. Ich hab drei Leben. Drei? Drei? WTF? Kriegt man da Fallschaden, wenn man da an der Wand in Sand slidet? Dafür hab ich jetzt ne Sternschnuppe hier. Eieieiei. Ich bin echt nicht gut an abbauen. Aua. Gestorben? Nein. Oh, ein Pinguin gespawnt. Juhu, Pinguin. Keiner tötet Pinguine. Außer mir. Pinguin Töter. Ja, ja. Das sagen sie alle. Moment, töten sie selber. Ja, ja. Dieses Loch ist echt gefährlich hier. Da ist ein Skelett. Also Jan, es wäre echt einfacher, wenn da die Stufen nicht wären, ganz ehrlich. Ja, ich hab sie nicht hingem- Ah, doch. Ja, ne. Nur so ein bisschen. Ich hab sie nicht hingem- Ah, ja, gut doch. Weil man weiß nicht, wo die Stufen kommen. Man sieht auf der Map, wo, wo der Ende vom Boden ist und so, aber man sieht, wo die Stufen kommt. Ja, ja. Aber man sieht, wo die Stufen kommt. Ja, Ende. Ich will dieses Mal das Teil, ohne zu sterben. Danke. Haha. Geil. TF. Pf, Pf. Pf, Pf. Ich hab's gemerkt. Aber Won hätte ich trotzdem Oberbau. Ich hab ja jetzt gemerkt. Aber auch noch nicht viel Leben. Er hat's kaputtgemacht. ich habe keine lust auf das ewig herunter wollte beim nächsten mal wenn ich runter komme mache ich die ganzen stufen weg wir können es ja alle an der wand festhalten ich mache auch die scheiß fackeln weg dann können wir nun die zahl runter lassen aber der dauerlich sonst war ich mal der der auch so verreckt ist ja ich weiß ich dumm bin ja ja ist echt so passt es passt es ja passt also ich komme wieder runter kannst du mal ein paar seile hinhängen habe ich seile nein aber in der küche hat seine bin ich hat es auch trotzdem in der küche noch sein die sind jetzt nicht dadurch rausgegangen dass du doch welche nein